Er hat also mitten in seiner Liste in Sadiqun geholfen. Ich wollte denen ein bisschen, was man da wissen will, alle alte, zu brachende Schritte. Lass mich probieren zu verstehen, wie sind meine Notes of Days, weiß ich auch nicht. Lass mich probieren zu verstehen, die Sortschritte sind und du. Das ist die wichtige Sache. Du bringst die Liste. Die letzte Woche war der erste geparkt. Was ist auf den Einkommensortpages? Ja, die ersten vier Schritte sind und du. Wir sind bei diesem Schritt, das ist nicht. Jede Schlag. Keinein Schritt ist nicht. Jede Schlag, weiß ich nicht. Und du hast uns am Geländen, das letzte Woche. Du, ich möchte alles, ich kann ihm wissen, Grete, ich will wissen, was es ist. Das ist das, ich habe gesagt, in drei Sekunden, wie sie können wir tun. Wir haben uns am Geländen, das letzte Woche, muss ich mich auf den Stein verstehen, wie man hält. Und sie haben gesagt, in der teure Stadt beirrt. Also, ich kieke der Sonde. Die teure Stadt beirrt, also, Mensch, man kommt da an. Die Sonde wird geboren. Nachdem, wenn der Stabe geht, ist er weg. Sie geht in den Ganeiden. Zwei kommen zu Schrauben. Und es ist nicht in den Ganeiden. Ich gehe es am meisten. Zum Geländen, die Brüte, eigentlich. Okay. Jetzt, gedeiht es, also, können arbeiten. Darf man verstehen, wo es ist an der Sonde. That's how he frames it. Im Mail darf man verstehen, wo es ist an der Sonde. Das ist schon nicht ganz schade, wo es steht nicht teurer. Man kann treffen, wenn es teure ist. Also, die Sonde ist so, ist so. Wenn es die Sonde ist, das ist so, wenn man an der Sonde wacht. Aber wenn man an der Sonde wacht, Du gehst ja weg. Keinem bringt er alle falsche Schittes. Lefidat die falsche. Nach dem gehst du so, wo sie sagen, Schittes ist interessant. Weil, wo es mir geht mit der Seite, wo es die Sache liegt, die alle da Schittes ist. Eine von den Sachen, was er sucht hat, wo ist der Ende. Was ich auch gesagt habe, der letzte Punkt, wo es ihm gelähmt. Ist das, wenn du so viel Schittes bist, gibt man das so schwerer Neuße. Das ist wichtig zu wissen. Aber er ist nicht in der Geschichte, jüdische Schittes. Kann man das nicht? Nee, kann nicht. Lauf auf die jüdische. Aber man sagt das auch. Man sagt das, wenn man sich wegträgt hat, was ist das nicht so. Und ich will be abwies. Dann wird be abwies. Und dann wird gemein schwerer. Die kann man sagen, die jüdische Schittes ist anders als abwies. Lauf auf die jüdische Schittes ist schwer. Wenn man sich in der Masse bezieht, du bist echt so Schittes. Sieben Grad der Licht. Du bist nicht noch. Jeder sucht warte Speculations, was er kennt sein. Du kennst das schon sehen, das ist ein schwerer Schittes. Ich bin gerade gesungen, etwas, was es nicht richtig ist. Ich bin misclerisch zu wissen. Nicht ich will mich schicken, jeder will mich schicken. Wer ist der meeste, der muss abwärts von allen schweren Schittes. Wo sie die meisten wissen, aber ich meine, das ist eine wichtige Sache. Man muss gerade wegen dem ein bisschen aufwissen, dass du auch Schittes, was auch Sachen. Aber das ist ein Schittes. Es gibt noch eine gute Schittes, die man sich bringt, um die Gesteitze auszuwenden, die falsche Schittes. Aber es geht nicht so tiefer an, wie man muss. In der jüdischen Öl gibt es mehr an, um alle falschen Schittes zu verwenden. Demonsten muss man die ganze Zeit mit der Ecke Sippe, wo man sich bringt. Du bist mehr zu wahnsinnig, du bist ein schwerer Neuss. Man versteht, was geht dafür. So, das ist Nummer 1. Nummer 2, in der erste Stücke, wenn ich die Gesteitze auf den Herring, wenn ich die Gesteitze auf den Linken kallend habe, aber das ist eine gute Schittes, was die Zeit nicht beendet. Er ist ein Arbeid von Epsalisten. Die Gesteitze sind in der Welt. Liste von Schittes, die man sich in der Welt verletzt. Ich finde alle meine Sachen, wegen dem auch das. Er ist eine gute Kapi-Paste, mehr oder weniger Epsalisten. Er ist eine gute Kapi-Paste. Er sagt, dass das ist bei ETSM gebot, ob es sich geleendet hat, bei Gedeische Ölom. Gedeische Ölom ist geleend. Also du hast mich gerade gesagt, dass du geschätzt hast, alles ist gewähne allemal, dass es gewähne allemal etwas zu rechnen ist, die ich halte, um zu nehmen, sind gewährende Sachen. Also ich warte. Oder alles ist gewährend von Gott allein. Laut Jens, das kann man suchen als Abschatt auf den Nefisch auch. Das weiß ich nicht, was ich weiß, aber man kann. Wir haben immer schon immer gefragt, dass nicht die Sachen Sachen werden von Gott allein, dass nicht die Sachen gewähne, Sachen alle mal einbringen, von dem Dreh der Welt. Meile ist pusht, dass die Nefisch auch nicht werden von dem. Das ist korrekt. Meile, bitte ich mal Meile. Meile, das ist ein Sortschitter. Das ist ein Sortschitter. Das ist ein Sortschitter, das ist gebot, auf eine gewisse Idee von der ganzen Welt ist. Die Nefisch ist gepaart von der Welt. Das kann man trachten, wie das steht. Das ist eine Idee von der Welt. Das ist auch eine Idee von der Welt. Das ist auch ein Sortschitter. Das kann man sich halten. Jetzt, die Leute machen alles, von dem Dreh der Nefisch auch gesagt. Ja, wir wollen die Nefisch auch eine von den Sachen. Wir wollen Neftar nicht mehr lachen. Wir dürfen nicht überlassen. Wir dürfen nicht überlassen. Aber das geht immer mal mit allen. Was ist das einfach? Was kann ich sagen, die alle Sachen? Okay. Nun redet, wenn jemand bekitzt wird. Jetzt darf man reden, dass du die sieben Sortschitter hast. Jetzt. Aber wichtig zu übermerken, dass die sieben Sortschitter auch nicht einig sind. Du die erste Sortschitter, was der Guide macht alles, dass bei MSD es fünf Sortschritt ist. Und in der ersten Sortschritt, noch da gibt es sechs andere Sortschritte. Oder fünf andere Sortschritte, die von der MSD-Sortschritte. Die erste Sortschritte sei anders als bei der Friede-Sortschritte. Was er sagt, und es scheint zu verstehen, was der Guide führt, weil diese Stücke kompliziert sind. Die Menschen, das ist der erste Sortschritt, was ich getroffen habe. Ich traf Menschenhalten. Ich kann nicht sehen, ob ich die Menschen sehen, aber es gibt keine Menschen. Ich habe gesagt, es sind einfach nicht mehr oder nicht mehr. Okay. Was ist das Wort? Zufall? Nein. Auf jeden Fall heißt es Zufall. Auf Englisch auch. Das Wort ist ein accident. Das ist ein Pinggeschehen. Bei den alten Spuren, bei den Philosophen, man kennt das Wort Zufall, das ist ein Team mit ihm. Ich weiß nicht, es ist ein Gründer, aber es ist ein Gründer. Es ist ein Gründer, wenn man in der Welt hat, dass man im Sack geschehen. Das ist ein Zufall. Aber du meinst, es ist nicht gering. Wenn man sagt, das Wort Mekre, was man meint, ist... Nein. Es ist ein Gründer. Das kann nicht helfen. Mekre ist eine Sache, die es wegen einer anderen Sache ist. Andere Werte. Aristonien. Eine der ersten Sachen, die es ausgefegt hat, ist gewesen. Es gibt zwei Sorte Existence in der Welt. Es gibt ja mehr Sorte aber... Es gibt zwei und viele. Es gibt ein Muschel, es gibt eine Substanz, es gibt Einzigen, es gibt ein Zufall. Einzigen ist der Appetit für Mekre. Als Mekre von der Fikre ist ein Eiziger. Was meint ein Eiziger? Es gibt eine Sache, die es exist. Du an der Welt, Tischten, Menschen, Kets, Hinten, es gibt Dinge, dass du Sachen. Es gibt eine Sache, es gibt eine Sache, was ist gemacht? Aber sie wissen, was ist echt, was ist. Aber sie wissen, dass du das Ding verpasst. Wenn du das Ding sagen, dann musst du ein Mensch. Ein Mensch ist hoher, okay? Sechsvies hoher. So, hohergkeit, sechsvies hohergkeit, was ist das? Welche Art Sache ist das? Das ist kein Sache, right? Es ist eine Sache wegen einer anderen Sache. Es ist ein fact. Maybe it's explained, it's not only explained, it's something added to a person. Weil du kennst an einem Menschen, wenn du nicht so einen Sexvies bist, wirst du nicht schauen, was wir sind. Mit so einer Gewissenheit. Und mit so einer Gewissenheit. Genau, aber es ist nicht die selbe Sache wie die Menschen. Lass mal sagen, eine andere Definition zu sagen ist, als eine Meckre, da der Weissner rief nämlich, was er rief, du Meckre, also nicht ganz anders, was andere Menschen riefen, ist eine Sache, also wie Heuchkeit, oder Lehngheit, oder Geschmackheit. Ich weiss, ein Mensch ist Geschmack. Wie ist es? Ob es Geschmack auf der Welt gibt es für Menschen? Ich meine, Geschmack der Menschen, wenn du Geschmack kennst. Aber Geschmack der Menschen ist nur du in einem Mensch. Also du zwei, wie ist es Geschmack? Die Meckre ist Geschmack. You could call it an explanation, but it's not only an explanation, it's something added to the thing, right? Du, lehnige Menschen, kaltige Menschen, hohe Menschen, daare Menschen, begraube Menschen. Das ist nicht allein für Sieg. Genau. Das ist nicht independent. Das ist die Ecke. There's something about something else, called a predicate, or something about something. Du fragst mich, wie hoch ist der Mensch? Er ist der Sexvies hoch. Ich kann nicht sagen, wie sechsvies ist der Sexvies. Sechsvies sind nicht die Sache. Das ist kein Duweil von Ärzemann. Und deshalb, das macht es nicht. Zum Beispiel, wie geht der Sexvies wenn ein Mensch starb? Das ist kein Duweil von Ärzemann. Auf dem selben Platz, wie der Mensch geht. Ich meine, für die Weine ist es gar nicht. Sechsvies ist ein Fakt. Es ist ein Fakt wegen einem Mensch. Wie geht es mit einem start? No. Das ist ein Fakt wegen einem Mensch. Wie geht es mit einer Starbüts? Nowhere. Ich kann nur sagen, das ist ein hotspot. Das ist eine Worte. Noch eine Suche. Das ist immer die erste Sitzung. Bei Ärzemann in einem Sitzung, wenn es mit Mantel ist, dass die ein Schuhe ist. Du bist mit Mantel besucht, dass die was die meinst, als du mit fünf, an dem einen Schumann im Messen wifi möchtest, kann nicht. Die sind die letzte Woche ein bisschen. Die sind gefragt die Schchter. Er hat uns zu reden wegen eines Schumens, er hat uns zu fragen, er hat uns zu fragen, er hat uns zu fragen, ich kann sagen, dass wir wissen, wie das du so sagst. Ein Rettungsbewerber ist die Sorge so. Wenn du siehst du eine Somme, der meint nicht nur das Somme, was in der Guddienst ist. Das ist eine Somme. Die definition des Sommers kann nicht sagen wegen der Guddienst. Er meint es sagen, sei es der Mensch, ein Guddienst. Du hast es auch will, vom Menschen in der Runde, also das ist ein Mensch lebendig und das ist es so. In verschiedenen Wegen können alle Dinge ausrechnen, was meint, das ein Mensch lebendig und probieren uns zu feiern. Vielleicht kommt das mal ein Tisch oder Holz, ich weiß nicht, das ist ja auch immer lebendig, so ein Stein ist nicht lebendig, ja? So, was er hat, ist, die Lebedigkeit, das ist, was er meint bei Ames. Jetzt ist alles, was das ist, was du ein Schätze versuchst. Du hast zwei Schätze bei Ames. Zu ersten Schätze, was er hat verschiedene Chalukken in der Schätze, er sagt, das ist gut, nicht. Das heißt, was meint, wenn ein Mensch ist ein Lebedig. Ein Mensch? Das Wort meint nicht schon. Nicht schon, nicht schon. Nicht schon, nicht schon. Ich meinte, wenn ein Mensch ist ein Lebedig. Du sagst, er nennt sich mit einer Schöme. Das muss man so. Was ist der Ecke, ich lege, ein Lebedig Mensch. Fast du alle nicht. Du bist ein Lebediger Mensch. Jetzt, was meint, das ist ein Lebedig Mensch? Ich kann sagen, zwei Wege, ich kann sagen, als es ist du Lebedigkeit, am Ende, es ist eine Sache, es ist eine Heilige, es ist eine Sache, es ist eine Sache, es ist nicht separate von den Menschen, in so einem Weg, es ist eine andere Wette, es ist eine Ecke, es ist eine Sache, wir können einmal treffen, sie können es ja treffen, wir können es nicht treffen, wir können es nicht treffen, aber es ist du, es ist eine Existenz für eine Sache, es ist nicht, es ist eine Welt, nicht so wie die Köln-Löfen am Bord, Was kenn ich jetzt jetzt ohne Menschen? Ja, es ist nicht verkehrt. Vielleicht ist es ihr Macht. Keinen Verdunten. Keinen, wo sie ist. Es ist noch eine Schale. Aber einfach, lass mich das aus. Kannst du sagen, sie kennen sich alleine, was sie auch tun. Sie gehen, von der ersten Pleito, in der ersten Stadt, alle bringen Menschen, wo sie trachten, warum sie sich getan ist. Also, sie sagt, nein. Was fällt dich an, als du bist an der Schumme? Du bist an der Leiblichkeit von einer lebendigen Menschen, der deutsche Mensch. Keine Geschmack ist, als du an der Schumme. Du bist auch an der Leiblichkeit nicht an der Schumme. Wo sind die Reifen? Das ist, wo sind die Reifen. Aber wie ist es, was uns da erklärt, dass du alle Mienen leibendigen Menschen? Nein, nein. Es ist nicht klar, dass er kein Problem hat. Du brauchst mit der Explosion. Ich habe so einen gewissen Problem. Ich habe so einen gewissen Problem. Ich habe noch ein Problem. Ich habe noch ein Problem. Ich habe noch ein Problem. Aber ich will noch dabei, bei mir sind die Masse, was er sucht. Wenn er sucht ist, er hält das sicher nicht richtig. So, wenn alle Probleme du findest, das ist eine Theorie. Ich weiß nicht, ob du ein Psaid hält das auf der Leiblichkeit. Aber die Idee ist gewesen, ich finde noch etwas, wie es gibt diese Idee. Siehst du, dass ein Mensch lebt ähnlich. Schmackig ist als lebendige Menschen anders als teute Menschen. Auch eine Schmackig ist als hohe Menschen anders als andere Menschen. Die Leiblichkeit, wenn er schon mal meint, der Weg, wie ein Mensch es organisiert, bringt etwas wegen einem Menschen. Der Weg, wie ein Gift, wenn sie rauskommt, oder wenn sie klappt das Herz, und wenn sie tut alle Sachen, riefen sie es an Leiblichkeit, das ist so. Es ist eine Sache wegen dem, wenn sie es da haben. Obviamente, wie Plato sagt das in der Video, der erste Mal, wo es steht, das Assortorien, in der Philosophie. Also, wenn einer gekommen ist, dass sie eine Schmackig starb, dass sie eine Schmackig starb, dass sie die Menschen nur starb. Der ganze Hesbruch hat mir gesagt, dass sie die Teilnehmer fragt, dass sie eine Schmackig und sie sagt, dass sie eine Schmackig die Harmonie. Also, ich spiele nicht auf meinem Fiedel. Das tut der Fiedel und alles. Und das tut der nicht, der Zirf, der Harmonie. Es macht Sinn, es stimmt nicht. Wenn sie nicht wie geht der nicht? Achtung! Es geht nicht! Wie wird der Fiedel eingegangen oder geht er hoch. Das erste Mal, was die trifft es nicht um, es geht nur die Spiel, das wo alle Spiele zusammen geht, die Harmonie gibt alles Arbeit, sofort. Die Schwuracht, die nicht, die sie singen, die Zirf, was alles stimmt, das trifft nicht um. Es geht nicht um das, es ist auch, weich weiss es ist! Es geht nicht ums, es gibt nicht ums, es geht nicht ums. Was ich sicher? Wenn ich das andere Sprachen würde, können wir nicht singen. Die Sprachen können sich das andere Sprachen mit ihnen spielen. Was soll ich in den Rahmen der Harmonie spielen? Okay. Because... ...if wir irgendwie prüfen dass Harmonie... ...wenn man sich das Sprachen kann, dass diese Sprache nie die Harmonie spielen und diese Sprache nicht die Harmonie spielen. Was soll ich in den Rahmen der Harmonie spielen? Kann ich. In anderen Worten, wenn man treffen kann, wenn man die Theorie von Harmony weiß, dass Harmony nicht kann, muss man nicht nur aufnehmen. Also Harmony ist nur ein Weg von Spielen aufnehmen. Man kann auch Menschen auf dem Play-Tag treffen, da hat er gesagt, sie hat reißen, Socrates, whatever. In der Masse hat er reißen. Nein, das ist anders. Weil er ist immer mühsig, dass er fertig ist, wenn er reißen kann. Aber es ist nicht da mit Harmony, es ist anders zu sagen. Normalerweise bei den Generalen, wenn man die Hand drauf sagt, wenn man die Hand drauf sagt, was probieren zu sein Materialist, was probieren zu sein Materialist. Es gibt keine Geschmacken, wenn man einen Fakt hat, als ein Mensch lebt. Es ist nicht eine separate Sache. Bei einem, das ist eine Art von Mikro, das ist eine Definition, wo es mehr weinig gibt, als auch das, man kann es trachten, andere Werte. Aliveness ist etwas über etwas, das ist wirklich so etwas weir. Das bedeutet, es ist nicht wirklich so etwas weir. Es ist nur etwas weir, wie man es ist organisiert. Ah, aber das habe ich gesagt. Ja, so. Ja, so. Wir können versuchen, das Eke Wort ist, als man es nicht sagt, wie man es weiß. Es ist sehr interessant, wenn man es interessiert hat, wenn man es interessiert hat, man sagt, dass man sich darüber nachdenken, wie es besser ist, wenn man es interessiert hat. Und er hat gesagt, was es wirklich passiert? Er hat gefragt, was man für die Sache erwartet? Man hat sich ein paar andere Leute gesehen. Er hat sich gedacht, was man für die Sache geht, als man im anderen Reisler hat. Er hat sich nicht gedacht, was er hat gesagt, dass er die Sache in seinem Zeichen hat. Er sagte, wenn er nicht das ist, was man sagt, was ich das mache? Was ist das eine Sache? Ich sagte, was das mache ich nicht. Was ist das eine Sache? Er sagte, was man sich mit dem zu tun? Es tut mir auf jeden Fall, dass wir uns nicht so gut sind. Das ist ein Ding, das ist nicht so gut. Whatever es ist, das ist nicht so gut, sondern es ist ja auch so viel, das ist es selbst, oder so etwas, was man kann, was man kann. Okay. But then maybe that doesn't explain much. Wenn man so, wenn man so ist, man kann nicht so gut sein. Man kann nicht so gut sein. Man kann nicht so gut sein, man kann nicht so gut sein. Und man kann nicht so gut sein, es macht sense, wenn man so gut sagt, zu prüfen, finden etwas, was uns kennen sehen, also wie er sagt, ich denke, es ist ein Muschlein, ich denke dumme, es ist ein Muschlein, das eine steigt in den Berg, für das hier nicht klappt, du stellst dich vor, dass du ein Mensch. Hast du dich gesehen, der Mensch? Ah, siehst du das schon? Ein Mensch, sag mal so, ich kann nicht gleich mit mir für die Sache, gleich noch, was ich sehe, es ist nicht Emmes, auf dem Level ist es nicht Emmes, was keiner ist. Aber ich habe es ein Kind da gesagt, als er in Europa sagt, es klappt nicht kein Mensch, aber es ist ein Mensch, es ist ein Mensch, es ist ein Mensch, es ist ein Mensch, okay. Es ist ein dummer, es ist ein Mensch, ja? Das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Er sagt, es ist gerade ein Mensch African zu tun, es ist ein Mensch, es ist ein Mensch sagen, es ist nichts dabei ist. versichert es nicht mehr, es ist Spaß, das ist wirklich interessant. Aber dann sagt sie, dass das so nichtảige ох . Es ist dein Segar noch ein Mensch. Aber dann activate andere Menschen. Er sagt nicht, er sagt er ist zum 你ey, ganz klar. Aber dann sag ich mir nr. Aber das ist wirklich nichts dessen, weil셔야 das so nr. Er salted zufrieden Esa, Sie wissen genau, was die Stecken ist. Ich wollte sagen, sie ist ein grabe Kopf. Sie können es nicht verstehen, wenn man etwas sieht, wenn man einen in den Bergen von den Tieren sieht, es klappt wie eine Muschel. Aber es ist gut, aber er guckt noch etwas. Er guckt etwas, dass er ein neues ist. Du bist in der Nähe, du bist in der Nähe, du bist in der Nähe, und du bist in der Nähe, und du bist in der Nähe, und du bist in der Nähe. Er guckt es an, wie er es sagt, die wichtige Sache ist nicht echt wichtig. Die wichtige Sache in der Nähe ist, dass es nicht so etwas über etwas anderes und nicht so etwas zu sprechen. Aber er guckt es an, als du, weil ich meine, dass es in der Nähe ist. Das ist eine reale Frage, weil wir verstehen, Metaphysik, dass es in der Nähe ist, dass es in der Nähe ist, dass es in der Nähe ist, dass es in der Nähe ist. Es ist etwas interessant, weil die Muscheln, die Muscheln für ein Mensch ist ein bisschen dicker, es ist nicht nur ein dicker, also etwas über eine Person, der ist hoch, sechs, fies. Es ist auch nicht echt, in so einem Sinne, es fehlt nicht, also es ist eine Geize an Menschheit. Aber es ist auch ein Mensch, es ist auch ein Mensch, es ist noch besser, ich kann ein Basketball spielen. aber es ist etwas, es ist etwas separate von der Menschlichkeit. Es ist nicht nur, es ist wegen einem, es ist auch etwas, es ist nicht mehr akkur, wenn die Menschheit von einem Menschen hat eine gewisseheit, eine gewisseheit, eine gewisseheit, eine gewisseheit. Es ist ein Mensch, hoch, fies hat eine Schwester. Aber es ist keine andere Sachen. Sie sagen ja, es ist kein Mensch, es gibt andere Sachen, es gibt andere Sachen. Es ist ein Mensch, aber es ist kein Mensch, so wie ein Mensch wird auf einem Daces. Aber das ist nicht ein Mensch. Du verlegst mich. Und ich wollte es nicht existieren, das ist das Äztere. Aber da soll ich sagen, wenn ich hier mal sehe. Wenn ich sage, die Geamatur, es muss sagen, ich kann ein Mensch reden. Du machst es nicht in der Mensch, Hier ist es wichtig für die Definition, es ist eine Teil der Definition von einem Cube, von einem Salad, Es ist nicht die Teil der Definition von einem Menschen, ein Mensch ist auch gemacht von einem Salad, das ist in jedem Sinne die Definition von einem. Aber der Salad ist nicht gut, weil es die einzige Wichtigkeit ist, dass es die Höher ist. Genau, es ist nicht gut, aber es ist wichtig, es ist wichtig, wir können es studieren. Du hast einmal gesagt, was heißt die Amateur? Studiert, Shapes. Aber Shapes sind nicht gut, ich habe es gedacht, Shapes sind nicht gut. Shapes sind nicht gut. Shapes in itself don't exist. Ich duke white, ich habe es gerne ohne Zeug. Ich sehe es nur Shapes, sie sind nicht eben. Aber Shapes sind auch nicht gibt, ich weiß, sie sind nicht wirklich wichtig. Aber wir können nicht nur Summaß und so nach immer. Man kann die Satze schreiben, das man sich ehrlich sagenите zu singen. In Taka kommt zurück und wenn dich fragt, was die Shape oder den Size der Sache ist dann. So die solo mitmachtige Sachen, mitmachtige Sachen, nicht abstraktiger als physischer. So die anderen Werte. Es ist eine Salad. Das ist auch nur eine Definition. Das ist nur ein Ding, das hat Mass, das hat drei Dimensions, aber ein Mensch, das ist ein Mensch. Wie kommt es um den Mensch? Das ist ein Puzzle. Das ist ein Puzzle. Mensch ist ein Puzzle. Mensch ist ein Mensch. Mensch darf nicht sein. Es ist integral to the definition of a person. Ein Mensch will nicht wie ein Mensch, wenn er gar drei der Menschen. Es ist nicht richtig. Gerade weil Menschen nicht giften, ist es nicht möglich. Es ist ein Mensch, das hat nicht gewonnen, ein Mensch, das hat nicht gewonnen. Man kann sagen, wenn man nicht so ein Mensch ist, ist eine Sache, die nicht auf keinen Platz. Ein Mensch ist ein Mensch. Ein Mensch ist ein Mensch. Aber jetzt sagt man dem Mensch, was ihn gesagt hat, Er nimmt auf ihr Platz. Er sagt, du Mensch, du Meckrem. Er rief Meckrem. Andere Menschen rief anders. Er sagt, du Sachen wegen der Menschen und nicht nachdenken wegen der Menschen. Heid, link, color, friedliche Sachen. Der Problem mit dem Meckrem ist, man kann es nicht sehen. Man kann es nicht sehen, wenn sie sehen, bei einem Menschen. Auf einem Menschen ist er zu sehen, er ist kalliert, er ist andere Menschen. Er sieht das so, und das ist mit der Physikarbeit, was anders als Rambam, die Physik, die er gingen. Aber er sieht das so, als alle Sachen in der Welt sind, und er sieht das so, in die Sichtplätze, in die Sichtplätze, in die Schwestern, in die Schwestern, in die Schwestern, die man in die Welt sieht. Aber wenn man die Welt in die Welt möchte, darf man alles in die Welt machen. Er sagt, du, du, Sachen, die Sachen haben Meckrem, was meint Meckrem, das sind zwei Dinge. Das ist die erste Sache, das, was jeder in die Maske kommt, die Meckrem sagt, was er nicht wegen einer anderen Sache. Aber er sieht das so, und der Mensch ist eine andere Sache, die sich von einer anderen von den verschiedenen Sachen an, wie man sich ausfällt, oder die Farbe oder die Dichtung, die Menschen sind eine Art und Weise. Viele Menschen sind eine Art und Weise, die Menschen sind ein Gott, der sie liebt. Die Schwestern verstände, wie es sich in einer anderen Theorie verbindet. Die andere Theorie verbindet sich, bei den Menschen zu einem Menschen? Ja, aber man sagt, sie hat eine Mensch, die Menschen sind. Was zwingt, was heißt, Was ist mein Krieg, als ein Mensch zu holen? Obwohl wir haben können... Nein, ich spreche jetzt. Welche Size? Aber Azir hat eine Size. Du hast ein Stück Glüh, der sich mit der Menschheit connectet. Das ist ein Stück Glüh, dass man sich mit der Schweizer treffen kann. Verstehst du? Ein Mensch ist ein Mensch. Ein Mensch ist ein Mensch. Ich verstehe, aber es ist ein Mensch nicht. Er ist gerade ein Mensch, das ist ein Mensch. Ich verstehe, aber wie bekommt er die Size? Wieso klebt sich die Size auf den Menschen? Es ist nur ein Stück in einem Abstract-Puzzle. Aber ich will nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht reden. Aber was ich meine, das ist so, ich kenne es so, dass jeder Sache in der Welt ist eine Sache, und man kann es reden von den Atoms, wenn man es in eine physische Theorie machen will, aber er ist kein Atom. Du hast wieder Atom, das ist eine Sache, und du hast noch Atom, das ist eine Sache. Das ist eine Sache, das ist eine Sache. Das haben wir echt gehört wegen dem, wie sie wird es, und es geht wegen dem. Aber ich kann nicht richtig das machen. Was ich meine, das sage ich nicht, ich will noch etwas machen, was es in der Schiene ist, was ich verstehe in der Minute. Was ich mir nicht, was ich mir einfach sagen, dass die 3 Leute in der Schule haben, die diese 5 Tage angefangen, als die organiseten, die sie in der Schule haben, die sie in der Schule suchen zu tun, was sie haben, wenn sie in der Schule gehen, die sie in der Schule gehen, weil sie das nicht. Die Menschen, die es in der Schule gehen, sie sehen die Sachen, wie es in der Schule geht, oder sie hören, wie es in der Schule geht. Nervös ist es, es ist eine echte Sache. Es ist similizingen. Es ist einekadre Sache. Es ist eine Gemeinschichtleuer. Es ist eine Mensch, es ist eine Lebensschicht. Da ist es die shining thermal. Das ist aber wirklich das Schicht. Er denkt, dass das was motiviert wird. Wenn man sagt, dass man einen Menschen ist, das arbeitet gleich wie ein Mensch ist. Size ist das Sache. Man trägt man diese Arbeit in der Szene, man trägt sich einen Weg an den Menschen. Aber man sagt, dass man einen Weg an die Menschen ist. Man sagt, dass man einen Weg an die Menschen ist. Ich habe keine Ahnung. In diesem Fall kommt es ein gewisses Hack auf. Es hat schon ein gewisses Taun auf, es kommt ein gewisses Schöpfer auf die Macht. Man kann es nicht sehen, aber es ist gut. Man kann es nicht sehen, es ist so schön, die ganze Zeit. Es ist nicht so schön. Ich kann es nicht sehen. Ich habe zwei Wegen, weil man sich ausdraut. Man kann es nicht sehen, ich kann es nicht sehen, aber mit dem Microsoft kann man es sehen. Das kann man es sehen. Ja, wir können es sehen. Ja, das kann man es sehen. Aber es kann man es sehen. Aber es kann man es sehen. Als du jetzt noch ein paar Mal schaust, dann könnte man es sehen. Was kann man es sehen? Nein, es kann man es nicht sehen. Das ist aber wichtig, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass du das noch nicht sehen kannst. Sie können nicht. Nein, Sie können nicht. Nein, es macht keinen Sinn. Sie können nicht sagen, dass wir nicht möglich sind. Sie können nicht sagen, dass wir nicht möglich sind. Aber warum machen Sie das immer nicht? Nein, Sie haben nur eine Art und Weise gefunden, dass es nicht wirklich existiert ist. Sie können nicht sagen, wir machen eine neue Categorie von Existenz. Sie können eine andere Categorie von Mikro. Sie können nicht sagen, Sie können nicht sagen, und warum? Warum? Weißt du, wir können nicht sagen, aber es sind Sachen. Sie können nicht zu prüfen, warum es in dieser Categorie ist. Ich weiß nicht, es stimmt. Es gibt es nicht, es gibt Chines. Es gibt es in gewisser Weise. In der Weise von Mikro. Ich kenne die Aufbereitung von dieser und in Beirut zwei Wegen. Ich kenne die Aufbereitung von damals, nicht nur das Mikro, aber ich kenne die ich vor allem, Aber ich wollte noch fragen, wenn man das oft eher hätte, ob es ein Beispiel auf seinem Date gibt. Weil, das macht mich nicht. Da kann ich mich vielleicht nicht mehr sagen, wenn man ein paar sagen möchte. Das kann ich nicht mehr sagen. Ich kann mich vielleicht noch sagen, dass man nicht mehr sagt. Wer sagt, wenn man auch nicht möchte. Aber das sagt es, man muss teilen. Das muss man prüfen. Das muss man prüfen. Ich muss nicht nur sehen, wie möglich. Man muss das nicht prüfen, was man damit weiß. Man muss nicht anders sein, Friend, oder Юtchen. die mit ihnen meinen zehn er willten kennen. Welte sie kennen, wie sieוה mit ihnen kennen. Was die amikere? Ich kann dem Mund sagen, du sagst, wir kennen das. Dann sage ich mich für einen Erster Mann. Auch, wir können das nicht verstehen. Das ist dass, wenn die Mund sagen, wenn man das nicht sehen, das andere sayst, wir können das nicht mehr. Dann woanders auch etwas mit uns tragten. Du sagt, dass sich die kleinste sein, oder? Ich weiß, wer sich mit den Gedanken bringen. Ich habe auch gefragt, wie klein kann man das nicht sagen. Ich kann es auf stehaken. Wenn ich zwei mal kleine als kleines, Sie kennen es schon. Sie haben es schon gesagt, dass sie vieles zu sehen sind. Sie wissen, dass sie an der Fenster sehen, dass man die Dost. Die Dost, dass die Mädchen fliehen in der Lippen. Sie sehen es normal, das ist eine Dürheit. Sie sehen es nicht, dass es eine gewisse Leid situation ist. Sie sehen, dass sie sagen, dass sie nicht kennen. Sie sehen, dass sie klein sind, dass sie in den selben Köln in der Lippen. Ich kann nicht aufwärts. Ich will nicht aufwärts auf die Möglichkeit. Sie kennen es doch in meinen Gedeihungen. Sie sehen es nicht, dass sie nicht tun können. Sie können es nicht auswärts. Sie können es nicht auswärts. Sie können es nicht auswärts. Sie sehen es nicht auswärts. Sie sehen es nur, dass sie die Argumenten als die größte explizitivste. Ich verstehe es nicht. Ich spreche nicht von Probability. Ich spreche von Possibility. Die Menschen sind stupend, weil sie nicht auswärts haben. Sie sehen es nicht auswärts. Sie kennen es. Sie sehen es oder nicht. Sie sagen es nicht auswärts. Sie sagen es alle. Sie sagen es nicht auswärts. Sie sind ein Team besser als das. Sie sagen es nicht, dass sie eine bessere Reise hat. Aber was sie so machen, ist es bei mir vielleicht ein paar zu tun. Sie sagen es nicht auswärts. Sie sagen es nicht auswärts. Du findest verschiedene Schatten. Du kannst nur eine kleine Schatten bekitzen, die du findest. Erste ist, du kannst nicht mehr als Arzmausen. Du kannst nicht mehr als Arzmausen. Das ist ein Wersches gewesen. Pythagoras hat gesagt, ein Schatten ist ein self-moving number. Ich denke, das ist ein Slogan. Was ist das? Ein Schatten ist ein self-moving number. Okay, ich kann das Maßbahnnamen sagen. Er ist die Schatten, die andere. Die zweite Schatten ist, Schleimers-Lagivativi. Schleimers ist, ich meine zu sagen, actuality. Oder entelektisch. Wie wohnen ist? Das ist ein bisschen ein anderer Weg. Eine Definition, was... Ich kann nicht mehr sagen, wenn ich mich nicht mehr an. Die dritte Schatten ist, Schleimers-Lagivativim. Lagivativim ist die vier Söjuden. Ja, die Zusammenstellung von den vier Söjuden. Das ist der Nefisch. Ich bin nicht sicher, was die Unterschiede ist. Einer sagt, dass die vier Söjuden zusammenmacht. Einer sagt, dass die 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 Söjuden zusammenmacht. Nach einer anderen Söjuden versuchte, dass es die Söjuden in der Bled. Später gab es mir sehen, als du andere Söjuden versuchst, dass es den Schöjuden ist, machen wir es nicht. Das ist nicht so, dass es die Söjuden in der Bled. Das sind eine Fünnif-Söjuden. Historisch, er hat Beatzin getroffen, in der Fünnif-Söjuden. Er hat gesagt, dass die alle Fünnif-Söjuden mit etwas kamen. Ja, das ist wie ich so. Wenn die Lesbönen sind, die sagen, die sagen, die sagen, die sagen, die sagen, was er so sagen, Schleim ist. Ja, da alle Sachen, was sie suchen. Wegen, whatever they're thing of this Schumme is. Alle mikre. Okay? So, jetzt, ob ich will und wisst, was die alle Schütteln sagen. Ich kann nicht sagen, ich kann sagen, ich will 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 sagen, wo sie kommen, die alle von der Schütteln sind. So, in de... in de... Ich will nochmal sagen, das ist wie diese Kümmer, die alle von der Schütteln sind. Ich will nicht verstehen, von wo sie gerade gegangen sind, bei ihm ist nicht eine Garde, Weil er kiegt alle an eine große Kategorie. Er sagt, es ist nicht ganz so ein Mikroanschein. Der erste Schritt, der ist geweint, und das sage ich nicht von ihm ein bisschen. Weil er kiegt sehr stark auf die E-Tamikra. Er kiegt uns, das ist die wichtigste Sache, dass wir da wissen. Der MSD ist nicht geweint. Das ist nicht geweint. Alle Menschen, die da gefragt werden, ob er sucht, dass du ein E-Tamikra, ich weiß nicht, ob er weiß, was du willst. Das ist alles, was er sucht. Sie haben bei E-Tamikra gesucht? Nein. Lachen wir noch mal aus. Die erste, die ich gesagt habe. Ah, so, so, kiek. Der erste, ich sehe nicht, was er sucht, wegen der erste, ich habe Mikra, wer ist schlau, wer ist geber. Ich weiß nicht, was das Problem mit der ersten ist. Ich weiß nicht, was er meint. Ich weiß nicht, was er meint. Bei der ersten Seite weiß ich, was er meint. Bei der ersten Seite weiß ich, was er meint. Bei der ersten Seite weiß ich, was er meint. Wie ein Mensch sagt, was meint das eigentlich das Leben dick? Was ist die meeste, basic definition von ihm? Man kann nachdenken, Apur sagt, man kann nachdenken, zwei sagen. Eins, das rückt sich. dass das noch nur ein Mensch działa, es rückt sich. Weil es hättet sich, ein Mensch говорит, es was er therapeutisch macht. Egal, das ist weitergewandert. Und das bleibt sicher. Es konnte so. Wir fragen auch, wen die Mensch kürt, was drin ist, was er 것alt, oderしました? END AU GO! Das kommt von der Geschichte, die sagt, dass alle Gefühle, das etwas hat sich gerichtet und daneben ist, durch das etwas. Von dem kommt das Wort, das ist das Moving. Alle Sachwerte, die es uns nützen, gehen zurück zu den alten Wegen von den Rechten, weißt du alles. Aber das heisst Moving, das sind, oder das sagt, das Wort... I was very moved by it. Ja, das heisst, I was very moved. Weil er trägt, das, was nicht daneben ist, das heisst das Feeling. Feeling ist das etwas und dann bleibt er sich gerichtet, durch das Gefühl. Das heisst das Feeling. Wir weinen. Oder das letzte Wort Affection, right? Affection, Love, oder so. So, Affection is to be affected. So, etwas, was ich nicht mehr gemacht habe. Es ist das Tradition. Es ist später eine von English. Es ist ein Mensch, nicht mehr, nicht mehr. Ja, everything is... There's a lot more words. Every day I learn more words that really are just... Ich habe immer wieder die Verkaufel, die sind die Verkaufel. Aber es ist das Movement. So, Movement, again, like I'm saying, so I'm showing you that Movement doesn't only mean dass es nicht nur ein Gehäine, sondern es ist ein Gehäine, es ist ein Gehäine. Ungefähr, ein Gehäine ist ein Gehäine, es ist ein Gehäine, es ist ein Gehäine. You could define it that way and it sort of makes sense. So, wenn man da im Gesicht sieht, so, ob ein lebendiger Mensch, ein lebendiger Mensch, die sagt was hat Movement, darf man treffen, ob es eine Sache, 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 wo es kein Gehäine, oder es ist ein Movement. Ich weiß, dass es vor allem, wenn man etwas anderes recken darf, man darf sich alleine recken. Eigentlich darf man sich unheimlich recken. Also, ich habe gesagt, wenn man das recken, wenn man das recken, wenn man das recken, wenn man das recken, das recken kann, ob es eine Sache ist. Aber in beiden dieser Recken, ich stippe sich mit. Ich stippe es, wenn man stippt, dann stippt ihn. So, hat er gesagt, das wurde, als jede Sache, die sich schreckt, muss man sich allein schrecken. Das ist ein Grund, wegen dem, bei der Eifeste. Right. Aber, ja. Und, ja. in meinem Eile, haben sie gesagt, wie habt ihr gesucht? So, die Spur ist gewesen, als, ich sagte, wo ist der Eifeste? Wo ist der Eifeste? Wo ist der Eifeste? Wie ist der Eifeste? Wo 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 ist der Eifeste? Aber, sie haben gesagt, dass er Eifeste ist, dass er sich von sich allein schrecken. Das tut's. Wieso muss keiner kommen, dass er das sagt? Weil sie müssen sagen, als er das gestattet wird. So, wenn wir sagen, dass er ein Eifeste ist, dass er sich von sich allein schrecken. Wie wissen Sie das? Eifeste ist eine Self-moving Sache. Es riekt sich von sich allein. Du, zwei Sorten Sachen auf der Welt. Du kommst nicht drei Sorten auf der Welt. So, sagen wir es. Es gibt andere Sachen wie Mikra. Es scheint... Nein, es ist nicht die gleiche Sache. Ich bin nur, 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 die letzten drei. Alle Sachen sind ein paar Salads, ein paar Ziele in verschiedenen Spuren. Ich weiß nicht, er ist nicht ganz accurate. Er ist nicht allein. Aber ich will nur, ich weiß nicht, dass er ein Eifeste ist. Aber es ist das, wenn du etwas, was erinnert sich allein ist, jetzt, was erinnert sich allein ist. du kannst sagen, dass es ein separatees Ding ist. Du sagst, was erinnert sich allein? Du sagst, was erinnert sich allein. Du sagst, was erinnert sich allein. Du sagst, was erinnert sich allein? Erinnert sich allein. Ein bisschen anders. Aber Al Capone, er, 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 er hat nicht gewonnen, dass er eine Art Abstract-Shit ist, das ist ein Name, das ist ein Name, das ist ein Name. So, Kim, ey, Tachlis, was sollst du das? Es ist etwas richtig, was richtig allein ist, wie ist es? Kann ich sagen, nein, sonst ist es wegen dem, sonst ist es ein Mikro. Geht's, er denkt nicht mehr als ein Mikro, was geschieht in seinem Leben. Ich meine, wenn ich ein Satz mei, etwas ein Mikro, was richtig allein ist, das ist das nicht wirklich, es stimmt nicht, wie es er trägt. Weil, ey, sie sind so sicher, wenn ich das sage. Wenn sie die Sachen sagen, was sie separate, wenn sie die Mannschaft als eine andere Seite mit ihnen schauen, dann gibt es andere Sachen. Aber, wenn sie das andere Sachen suchen, wie sie suchen? Nein, nein, ey, sag ich, sag du mal einen Tag an das Video, ey, kijk das schon, als sie die Sachen sagen, wenn sie die Menschen sagen, was sie sich allein, dann sie sagen, das ist ein Name. Also, ich weiß nicht, es ist andere Sachen, nicht die andere Sachen, was sie sagen, wie die Menschen? Es ist ein Mikre. In der gleichen Weise, dass Ihr Heid ist wie Sie. Dann weiß ich nicht, dass er mich schreit. Ich bin der Verstreckt. Exactly, es ist ein Teil von Ihnen, das andere Teil schreit. Das kann ich auch nicht sagen. Aber das Teil schreit mich nicht schreit. Es schreit mich nicht schreit? Ja, ja. Ein Mikre. Das funktioniert nur wenn man denkt, in seiner Sprache, dass das Mikre ist die Basis. Ich weiß auch nicht, dass er sich anders ist. Als Mikre ist ein Mikre. Wie gesagt, bei der Größe. Ein Mikre ist ein Mikre. 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 Das ist ein Mikre. Das ist wie der Mikre ist. Genau. Genau. Das ist nicht so, dass es sich anders existiert. Das ist wichtig. Er kann das nicht vorstellen. Er kann das nicht vorstellen. Ich will nur noch ein bisschen sagen, was man weiß. Nein. Was ist das nicht passiert. Aber ich kann mich nicht sagen. Zweitens. Ich meine, als ich gerade vorhin habe, dass es Menschen fragen, ob die nächste Sache ist. Es ist nicht passiert. Er ist mit ihm gescheit. Er hat ein gewissen Weg von der Welt. Er hat ein gewissen Weg von der Welt. Er wird er auch drei Bakken. Zwei Bakken. Einige hat ein Mikre. Das sind nur zwei Dinge, die er hat. Er hat einen gewissen Gewissen von der Welt. Er hat es mir gelegt. Er ist mit ihm gelegt. Er ist mit ihm gelegt. Er hat ein paar Sachen gelegt. Er hat auch eine Sache gelegt. Er hat andere Sachen gelegt. Aber das ist geschäft. Jeder ist ein Mann. Keine Frage. Wenn die anderen denken, dass es nicht mehr so ist, oder weil sie nicht mehr so ist. Ich will nicht mehr so ist, dass es nicht mehr so ist, oder wo es noch zwei sein können. Wenn andere Sachen noch einen März geben, dann noch noch eine andere Sache! Wenn andere Sachen eine Bitte sagen, dann das einfach mal passiert. Wenn andere Sachen nur sachen, dann hat man ja das nicht mehr so ist. Dann fange ich an. Dann gibt es an die Ecke, dann sie's auch nicht mehr so was. Oder du kannst einen anderen Weg verdrehen. Aber das ist das Geschäft mit jedem. Sie reden nur in dieser ganze Zeit. Ich kann nicht keinen Weg raus. Ich meine, everyone that argues with anyone else. It always happens. Ich meine, alle wollen. Ich meine, jeder macht Leukes. Was du und in der Welt. Und in der Ende, wenn wir die Leute ansehen, das ist geschehen. Einige ist vor... Was bist du? Die ist... Ich schaue da mal. Ein Mann schierig zu warten. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber du machst alles. Ich sage nicht auf der Versammlung. Ich sage nicht auf der Versammlung. Ich kenne dich nicht mehr. Als sie aus dem gefragten Maus beginnt. Weil sie oft gesagt. Ja, ich weiss nicht. Ich kenne keinen Kohl-Juchel. Ja, Mensch. Du hast dich sicher. Als sie zufrieden von diesem Problem. Und als sie ihre Beule zu öffnen. Ich sage nicht, das muss ich nicht. Ja, ich sage nicht. Das muss ich nicht. Ich sage nicht. Wenn du in der Versammlung gehst. Ich weiß nicht. Das ist eine gewisse Platz. Was ich sage? Es ist nur die zwei Kategorie. Du möchtest, wenn du gehst mit Menschen sagen. Du gehst mit Menschen. Du gehst mit Menschen. Ja? Dort sind nur die zwei Menschen. Oder gehst mit 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 Menschen. Jetzt stell dir vor, dass du einer. Was hätte gedacht. Nein. Ich war noch ein bisschen aufgeklärt. Ich habe gesagt. Wir kennen mich nicht. Ich kann gehen. Aber ich kenne dich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Mal nicht. Ob du willst zu sein. Wenn du mit anderen Sachen sagst. Du musst zu sein. ich bin größer Einsteuer himself. Na weil du mushroomsst直 denkst nicht. Das ist doch etwas wunderschön. Oder gehst mit deinen Sachen. Such parts, wenn du mit anderen Sachen sagst. Es sagst du nicht. Ich da geht. Es sagst du nicht. Aber Mensch sagst einfach nur geester exit. Wie gehe ich nicht. Wie kann ich hier. Weil du. Einige Nicole sind. Ich stets nicht. Die ist gradeane�ึggt. Ich weiß nicht, das stimmt nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist so gut. Aber ich weiß nicht, dass es so stupid ist. In Markschowen geschieht, ich sage mir, weil es sehr schwer ist. Viele abbreite Menschen sagen, dass es sehr schwer ist. Aber du musst doch den dritten Weg von Trachten bekommen. Verstehe? Verstehe? Ich verstehe, nicht so wie... Ich habe immer gedacht, dass es nicht so ist, wenn es nicht so ist. Ich meine, es ist nicht gewesen. Er wollte wissen, dass er nicht so ist. Er hat mir gedacht, sie wussten nicht, dass er nicht allein war, was er nicht lebt, er lernt arabisch, er arbeitet für eine Psa-Bok, er hat durchgeschrieben, eine Psa-Ancyclopedia-Kind-of-Work. Und er hat dort gestanden und gesagt, das verblüht ihn nicht, das er nicht lebt, dass er ein miste wissen kann, er hat nicht erهمet, er hat nicht gewusst. Du machst ja auf Cipher! Ja, aber es ist ein Cipher! Das ist ein Mensch, so ist, das Wäste von allen Städten kennen, das erster erkennt, das nicht lebt, genau kennst du ihm nicht, wenn du hier nicht kennst. Das Peter hat nicht gewusst! Ich habe eine gewisse Sache. Ich habe eine gewisse Boxer, die nicht hat. Ich habe nicht verstanden. Ich kann nicht sagen, ich weiß es nicht. 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 Du, du, auf der Sandschrift ist eine Speculation. Wenn er für Kürtchen schäuert, muss er so sagen, ich glaube nicht, ich würde teuer. Du steigst mir Kürtchen schäuert. Hat er eine Sache, wo nicht nur er für seine eigene Sache. Steigt er jetzt. Wo er leibt, als er zu weinen. Du, du fährst ja auch. Du hast eine eigene Felle. Für wie kommt er das? Nein, nein. Nein, wenn es in der Schule geht, dann sagt er doch nicht. Das ist eine Sache. Ich habe gesagt, ich meine, wenn die Leute kommen, wenn ich mich recht mache. Wenn ich nicht richtig bin, wenn sie ein Stückchen stehen. Wenn sie sich nach einem kommen und sie sagen, ich habe einen Weg, dass sie teure Stimmen machen und das ist. Das muss ich sagen. Weil bei ihnen ist nicht das ein Eck. Er ist ein Eck, ein Eck, ein Eck, ein Eck, ein Eck. Die ist das, was man schon beim Kunden kennt. Wie die Menschen erhebten, der ist bei ihm eingeführt. Aber er hat einen Namen. Und einer kann ihm sagen, theoretisch, er hat nicht gewusst, nicht gerade Tracht von der Idee. Dann kennst du dich fragen von dem Menschen, der Fassade-Gunalleyens. Aber ich bin erinnert, er hat nicht geholfen, er hat sich auf jeden Fall gehalten. Er hat sich auf jeden Fall gehalten. Er hat sich nicht von einem... Let's keep it all the best... Es ist konvenz, was ich mir kenn, ich denke so. Es ist immerhin von einem Konvenzen. Es ist sicherlich von einem Konvenzen, dass ich finde alles, was er bringt, das ist der beste. Jetzt kann es nicht verstanden, Was ist das? Ich habe gesagt, ich kicke so nicht in der zweite Seite sicher. Mama ist nicht verstanden. Einige Namen. Das ist nicht verstanden. Die Seite ist noch eins, weil ich mich nicht sicher, welche Seite ich mache. Der zweite weiß sich, was sie retten. Die Seite ist nicht verstanden. Das ist doch schütte. So, alles nicht, was sie bringt. Das ist einfach nicht verstanden. Das darf ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Aber du verstehst es nicht. Einige Namen. Der Name geht auf andere Seite. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich... Aber das sagt, du musst du... schenk auf einmal zuvallig zurück. Es ist sehr interessant. Wenn ich so wichtige Sache sage, wird es nicht sehr wichtig sein. Ich weiß es nicht. Aber... Die Sache sagt. Das ist nicht wichtig. Vielleicht nicht wichtig. Aber nicht wichtig. Vielleicht sage ich um einziehen. Aber ich sage nicht, nicht wichtig. Als du dich liebst, dann bist du einziehen. Du bist einziehen. Wie ist diese Arbeit? Der Technik? Für diese Sache ist das sehr cieprede. Es ist so, wenn du dich liebst. Aber das ist das erste Frage, nicht immer wichtig sein. Es ist schwer zu sagen. Aber die reale Antwort ist nicht richtig, Ich weiß nicht, wie es Gott ist, du musst ihn verstehen. Wenn es Gott ist, kann man schon mal sagen. Ja, aber das auch. Der Ramban sagt das, was er ist. Der Ramban sagt, das ist schon mal... Der Ramban in der Küsser, die beide sagen. Es ist schon mal so schwer zu verstehen, wie Gott ist. Ah ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Teil der Antwort. Es ist zumindest so kompliziert. Ich kann sagen, dass die Kennzung von Khaylaff ist. Aber wir sagen es auch so wie die Schiechen sagen, Muscheln. Es ist gonna be stupid. Whatever you're gonna say, it's gonna be stupid. Man kennt so ein Appes. Es ist nicht so, wie Sie sagen, wenn wir es nicht sagen. Es ist nicht so, wie Sie wissen. Es ist nicht so, wie Sie sagen. Es ist nicht so, wie Sie sagen können Sie wirklich verstehen. Ich glaube nicht. Es ist nicht so, wie sie verstehen. Es ist nicht so, wie Sie sagen können Sie nicht. Wenn Sie sagen, wenn Sie die Entscheidung gehen, Sie sagen, Sie können sie sich nicht verkennt, Wusselhafen, was ist es? Was ist das? Auch wenn. Man kennt so verschiedene Sachen. Ich meine so, ich meine so, ich meine so, dass der Rambam, ja, der Rambam in seiner Liste von Säudes ist für ein Mass-Berarge. Es ist ein Schammer, sicher. Es ist sicher. Es können uns nicht sagen, was ist gericht. Also das ist richtig. Ich bin nicht genannt, das ist ein Mass-Berarge. Ja, die Hand ist schwer, wir haben uns nicht die ganze Kantex. Ich denke nicht, das ist ein Mensch, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist anders. Die mehr jetzige Dinge, die stärker sind... ...l데 jetzige Maseur oder... Ich bin gar nicht mehr gesagt, wenn einer nicht kaufen möchte. Die nicht die Maseur. Die nicht die Maseur ist von Haseur. Echt die Mase? Nein. Ein paar Maseur, wenn Jaure, nicht die Maseur. Die Maseur was da nicht. Nein, die Maseur ist nicht so wichtig. Die Maseur ist von dem Loppen und von dem L repass. Und das ist doch so. Auf geht's. Auf geht's. Okay. Schau.